Ich komm nicht wieder drin. Verleg' mir noch mal das Uferschiff, das ist ein Maschbeck nicht. Hä? Wenn das Liebe ist, warum fühl' ich mich so bekost? Wenn das Liebe ist, hoffentlich mach' ich kein Loch mit dem Draht in den Handschuhen. Natürlich was drin. Natürlich nicht. Jetzt muss ich die Mund streicheln. Warte, hier auf Niemann, komm ran. Wenn ich das schon mache, muss ich dabei an meinem Arschbeeren haben. Oh, fuck. Ey. Ja, die bitte scheiße. Das krieg duscht. Das stift fühlt sich mittlerweile. Der spült's noch. Ja, so wie... Eber. Falk! 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 Falk ist abgehauen, oder? Falk ist abgehauen, oder? Ich hoffe, du weißt, dass ich dich liebe, du Fotze. Was? Äh, liebe... Hey! Habt ihr das geschafft? Natürlich nicht. Ja, ich find' das ist weniger als vorher. Ja, klar, äh, stimmt. Das ist weniger. Wir hatten doch mal da alles rausgefüllt. Hä? Hallo? War doch das Judenklo einfach nur leer? War das Benni? Nee. Ja? Ich steck grad mit der Hand in der Kotze, wisse. Ich steck grad mit der Hand in der Kotze, das ist grad schlecht. Ja. Ist grad schlecht. Das ist drahtvoller. Ja, Mensch, meiner. Ja, nochmal. Ciao. Der Draht ist da jetzt hier unten drin, oder? Alles gleich still. Nein. Ist doch nicht.